Pink Diamond Final Ich starte da gleich. Ich weiss, was ich tun muss. Ich habe keinen Bedarf an anderen Leuten. Ich mache das ohne Panzerung, weil eh alles sneaky. Ich gehe beim Hauptdog rein, dann nach oben zum Flughafen. Und fülle mir die Taschen beim Flughafen und los geht's. Die Taschen beim Flughafen Ah, hier wir sind wieder. Es gibt etwas Besonderes über die Amphibische Landung. Der Strom ist sehr tropisch. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Der Strom ist sehr tropisch. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich habe deine Position. Ich werde auch abstehen. Ich werde auch abstehen, die CCTV, wenn du da bist. Kameras sind überall. Almost wie Mr. Rubio fühlt sich ein bisschen paranoid. Die Powerstation ist hier. Und hier können Sie die Geräte an der CCTV-Führung herbekommen. Tasche warten, bis der sich wegdreht. Voila, dann kann ich zum Koks vordringen. Koks und Hanf und weil die Tasche da noch nicht voll ist, muss ich noch da quer rüber und da auch nochmals Hanf holen. Ich weiß nicht, dass ich einen Reaktor mit dem Reaktor habe. Ich weiß nicht, dass ich einen Reaktor habe. Ich weiß nicht, dass ich einen Reaktor habe. So, jetzt noch mit Geld auffüllen. Ich kann es nur noch optimieren, indem ich hier mit Hanf auffülle. Aber da müsste ich an einem ganz anderen Ort, würde viel zu lange brauchen. Da ist mir zu mühsam, da bin zu bequem. Einfach ein bisschen Geld sammeln und Gutes. So, wunderbar. Raus da. Kamera ist unten, Gart ist auch weg. Kann ich da nur durchrennen. Jetzt der nächste spannende Punkt ist, ob das Boot noch dasteht. Ah, es ist weggetrifftet. Schade. Verliere ich ein bisschen Zeit, muss ich da schwimmen. Rein da. So, runter um die ganze Insel rum, runter zu Compound. Und. Okay. So, jetzt ist das. Okay. So, jetzt sind wir hier. gut ins wasser gekommen am optimalen ort hier wirklich besser kann man das nicht machen diesen teil so schweißen ging nicht optimal aber ging was Waffe in die Hand nehmen, die werde ich gleich brauchen. Ja, den Schlüssel habe ich, wunderbar, das spart ein bisschen Nerven, dass ich da nicht oben hacken muss, vier mal hacken muss, und unten rein kann. Wunderbar, lautloser Kill, sonst gibt es Alarm. Save nicht vergessen, und jetzt unten rein. Die Kellertür. So, zweimal hacken. Einmal. Und zweimal. Und da ist er, der Pink Diamond. Wunderbares Stück. Immer schön im roten Bereich. Wunderbar. Oh, sehr schnell hier, sehr schnell unterwegs, und jetzt kann ich unten durch raus. Ich muss rasch warten. Und jetzt kann ich direkt raus. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt noch von der Insel abhauen, und ich hab's. Pink Diamond. Wie viel Geld haben wir zusammen? 1,9 Millionen. Oh, die Diamanten. Der Pink Diamond, das rentiert sich halt schon sehr. Ja. 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 So wunderbar. Da vorne beim Skelett ist Schluss. Tasche ist voll, nicht entdeckt wurde ich. Und unter 15 Minuten war das auch, ich schätze so 10 bis 11 Minuten. 1,9 Millionen. 1,9 Millionen. Das ist doch wunderbar. Wunder, wunder, hübsch. Die genaue Zeit erfahren wir jetzt. Ich gebe 100.000 Bonus. Also 2 Millionen Beute. 11 Minuten, wie gesagt. Das ist auch immer lustig, dass im Spiel hat er 1,9 Millionen angezeigt. Hier jetzt nur 1,6 Millionen. Verstehe ich nicht so ganz. Aber ich glaube, es kommt ja gleich nochmals eine Zusammenfassung. Ich habe ja noch Abgaben. Deshalb nur 1,6 Millionen, die ich ausbezahlt bekomme. Da ist es 1,77, 1,67. Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Dass es da diesen Unterschied gibt zwischen der Beute, die es anzeigt, im Heist drin und wenn man dann rauskommt, ist es weniger.